Ihr wollt wissen, was das für ein Türmchen wird? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, rechts an der Seite könnt ihr eigentlich schon sehen, was ich vorhabe. Das fällt mir ein. Das sollte ich jetzt so machen, dass man es auch wirklich sehen kann. Das hier. 64 Raffinerien und 35 Gießereien bauen. Das holen wir uns gleich, das ganze Zeug dafür. Denn ich war am Wochenende fleißig. Ich habe schon mal ein bisschen eine Platte gebaut. Auf der Seite geht die Kohle rein. Zeige ich euch aber gleich auf dieser Seite. Geht der andere Kram rein. Was war das nochmal? Eisen und Kupfer. Hier vorne kommt Wasser. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das sind 25 Stück da unten. Da sind, also hier drunter sind quasi nochmal drei, sprich sechs. Und da sind die anderen 19. Und schaut euch mal an, wie wunderschön hier diese. Das ist doch super toll geworden, oder? Schön alle auf einer Höhe. Das geht übrigens auch mit Steuerung. Ich sehe jetzt erst, warum das nicht so schön passt. Jetzt ist mir das ein bisschen egal. Alles angeschlossen. Die sind auch schon voll. Wasser geht also schon rein. Und hier oben drauf bauen wir ein bisschen. Das heißt, ich hole jetzt erstmal Zeug. Und zwar, wir brauchen 640 Motoren. Wie viele haben wir denn hier? Das sind zu viele. Aber die 40 können wir schon mal wissen. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Zack, zack, zack. Zack. Ich kann auch nicht. Ich nehme noch weg. 640. Easy. Die haben wir schon mal. Brauchen wir Computer? Nein, wir brauchen keine Computer. Das brauchen wir nicht. Das kann sowieso weg. Die können wir auch wegpacken. So. Das brauchen wir auch beides gerade nicht. Sehr schön. Aber was wir brauchen, ist mehr hiervon. Haben wir das hier drin? Nein, haben wir nicht. Haben wir das hier irgendwo drin? Hier? Ja. Dann schauen wir mal. Wo sind die? Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, den zurück. 7. Passt. Haben wir. Dann brauchen wir eine ganze Menge Stahlrohr. Dafür brauchen wir das Zeug nicht. Und wir brauchen auch jede Menge Kupferblech. Vielleicht muss ich auch am Ende nochmal was holen. Da ist Kupferblech. Da ist Kupferblech. Da ist Kupferblech. Was ich jetzt aber nicht gesehen habe. Warum habe ich so wenig davon? Ich denke, wir müssen die ganzen Kupferblech machen. Ja, wir müssen die ganzen Kupferblech machen. Ich denke, wir müssen die ganzen Kupferblech machen. Da haben wir. Dann brauchen wir davon 350. 246. 300. Also muss hier irgendwo noch ein so ein Stack sein. Da. Und von den Kollegen brauchen wir ein bisschen was. 40 können wir mal zurück tun. Da. Da. Pass mal auf. Jetzt fehlt mir davon irgendwie einer oder so. Nicht jetzt. Wir fehlen acht. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Ah. Nee, machen wir so. Okay. Damit hätten wir den Spaß. Nee, wir wollen nichts sprengen. Komm, lass mir das weg. Und dann fliegen wir mal hier rüber. Also ich finde, das ist wirklich, wirklich gut geworden. Auch alle so schön hier um die Ecke hoch und da. Einmal auf diese Plattform. Ich habe auch da vorne meine kleine Betonfabrikation hingebaut. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, weil nichts Besonderes hier vom Stück hier unten drunter in der Ecke. Da sind halt fünf von den Extraktoren. Das heißt, ich mache hier ein bisschen zu viel Wasser für das, was ich hier brauche. Aber so habe ich wenigstens eine Leitung voll. Ich habe hier einen Container hingestellt. Einen komplett vollen Container. Und der Spaß läuft einmal hier auf der Seite hoch und auf der Seite wieder runter, damit auch der Container gefüllt wird. Und dieser und dann dieser. Damit das alles schön voll wird. Weil die laufen schön bei, ich hoffe, 100%. Ja, 100% Efficiency. Efficiency heißt hier, das läuft schön kontinuierlich rein. Und ja, gut, ab und zu stoppt mal, weil Maschinen voll. Aber grundsätzlich, das läuft ordentlich schnell hier durch. So, ich habe mir überlegt, wie machen wir das am besten hier. Plumps. Und zwar hatte ich gesagt, ich möchte gerne Produktionen, da, Raffinerie. Ähm, ich möchte die gerne, warte, muss ich von der Seite aus machen. Und zwar, wir haben... Das ist jetzt so, das ist die hier, das ist die Mitte. Wie viel? Ne, ich muss jetzt einmal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, das ist die Kante, an die ich das setzen möchte. So. Das ist die Kante, wo ich das haben möchte. Und hier ist auch der Auskant. So möchte ich die stehen haben. Das heißt, ich habe hier noch so einen halben und hier hinter einen frei. Und genau für diese Sätzen habe ich mir diese Mittellinie hier gemacht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, wenn ich das richtig gemacht habe, müsste ich die jetzt quasi genau so hier hinsetzen können. Und dürfte dahinter viel zu viel Platz haben. Warum das? Okay, wir gehen... Wir gehen hier hin. Ähm, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Ja. Womit habe ich denn gerechnet? Äh, wir werden es gleich herausfinden. So. Oder habe ich das wirklich so berechnet? Ach stimmt, das hatte ich so gemacht, dass hier noch einer dazwischen ist, damit ich vernünftig in die Mitte reingehen kann. Offensichtlich habe ich mir was dabei gedacht. Das war ein Versehen. So. Ich habe es halt extra außenrum einen größer gemacht. Weil ich kam irgendwie auf 28, äh, mal 28 raus. Und war natürlich einfacher, das Ganze auf, ähm, 30 mal 30 aufzurunden. So. Jetzt haben wir da die... Das muss jetzt auch gemacht gewesen sein. Dann gehen wir dorthin. Eins, zwei, drei, vier. Das ist praktischer an dem Ganzen hier. Ist, dass ich die so hinpacken kann. Und das am Ende genau auskommt. Also acht Stück sind, äh, wirklich von Kante zu Kante. Ich habe jetzt nicht mit gezielt. Können wir eben machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, acht Raffinerien sind, zehn, breit. Wissen wir das auch schon mal. Eins, zwei, und so weiter. Da noch und da. Dann müsste ich es doch hinkriegen. Und ich sage, okay, nicht dorthin, sondern dorthin. Und dann dahin. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, passt das jetzt. So, drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und die, ach, die kommt genau da aus, wo sie hin soll. Genau. Dann haben wir hier außenrum nämlich schon 64 Stück gesetzt. Mal gucken, wie weit wir nachher mit dem Anschließen kommen. Erstmal kommen jetzt gleich die, äh, Gließereien da rein. So. Und du bist nicht hier an der Kante, sondern dort. Dann gehen wir einen zurück. Und sagen, die restlichen fügen wir hier noch ein. Und wenn ich jetzt aufgepasst habe und das richtig gemacht habe, dann kommen wir genau neben der anderen aus. Und haben das hier gut fertig gekriegt. Stimmt, das habe ich mir so gedacht, damit ich auch hier noch irgendwie so ein, ne, auf dem Plateau, hier ist natürlich jetzt viel ungenutzter, ungenutzter, genau. Ungenutzter Platz. Ungenutzter war doch richtig. Und hier hätte ich gerne, äh, Säule drauf. Okay, dann, jetzt muss man mal gucken, ich kann mal auf die, den Kollegen hier drauf. Weil eigentlich ist der Plan, was ist das von der Höhe her? Da müssen wir jetzt herausfinden, was das von der Höhe herkommt. So ist, glaube ich, besser. Kann ich hier noch fliegen? Oh ja, sehr schön. So, und da oben drauf hätte ich jetzt gerne schön mittig so angesetzt. Einmal hier rüber. Perfekt. Ja, den hier so durchgesucht. Das heißt, mein ganzer Spaß geht hier zwei weiter rein. Von der ganz äußeren Linie und hier in der Richtung natürlich auch. Dann habe ich nämlich die Schornsteine schön außen stehen. Und habe dann hier oben die nächste Etage. Dann geht das wieder, ja, pyramidenförmig ist ein bisschen übertrieben, aber vom Prinzip her schon. Geht das dann da rein? So, jetzt mal gucken. Das müssen drei sein. Hoffe ich. Wie kommen wir hier aus? Ne. Drei oder fünf ist doch alles halb so weg. Da lang. Jetzt ziehen wir den Weg direkt einmal rum. Wenn es uns hier irgendwo nicht mehr dran mangelt, ist es wie viel Tom. So, von hier aus fünf Stück habe ich gesagt. Zwei, drei, vier, fünf, nein, nicht sechs, fünf. So, und dann kommen wir hier an und gehen da. Dann haben wir das nämlich schon mal aufgebaut. Und noch mal fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Ah, genau. Jetzt kann man das sehen. Da hinten. Sind die anderen drei, die noch fehlten. Dann machen wir das jetzt. Ziehen das auch mit den Säulen eben durch. Setzen die jeweils in die Ecken da rein. Ist das hier richtig? Überhaupt nicht einfach mal. Ja, jetzt noch einen zweiten da oben drauf gesetzt. Ja, den brauche ich doch gar nicht. So. Und da hin. So, du müsstest da hin. Da können wir dann überlegen, so ein paar Querstreben noch dann zu ziehen, wenn wir soweit sind. Ich könnte da oben aus meiner Liste schon mal die 64 gleich abziehen von den 157. Quatsch, die 5 auch noch. Dann sind wir bei 152 minus 64. Jetzt will ich das jetzt im Kopf machen, weil irgendwas mit 8 am Ende. Moment. Ziehen wir erst die 64 ab, sind wir bei 148. Also die 4. Dann 60 runter. Dann sind wir bei 84. 188. Entschuldige. Ich habe wieder nicht mitgezählt. Äh, 1, 2, 3. Und 6 war richtig, ne? Hier. So, dann haben wir das. Wunderbar. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich möchte gerne hier in der Mitte, in diesem Bereich, ich glaube, den markiere ich mir jetzt mal in schwarz. Weil das ist der Bereich, der weg soll. Hier möchte ich gerne möglichst viel hin und her. Das ist mein Bereich, in dem ich Sachen nach oben bringen möchte. Also zum Beispiel das Eisen, was ich hier drin nicht verbrauche, soll eine Etage hochgehen oder zwei oder drei. Das heißt, wir machen uns hier quasi unseren, dann nennen wir ihn mal Items rein. Und gleichzeitig soll hier auch Zeug runtergehen, weil unten kommt dann die Produktion hin. Vielleicht kriege ich sogar hin, dass die unten drunter in einer extra Etage gemacht wird, wo dann die ganzen, ähm, Einzelwaffen produziert werden. So. Also wir gehen jetzt erstmal hin. Ähm. 157, minus 5, minus 64, 88, sag ich doch. Äh, zack, zack. Das ändern wir. Jetzt brauchen wir noch 88 von den Minuten. Da muss ich mir überlegen, wie ich die oben hinsetze, weil, ne, eine 64er Reihe kriege ich nicht mehr hin. Aber vielleicht eine 49er. Könnten wir eigentlich mal eben so rechnen. 88, minus 49, bleiben 39 über. Ja, drüber könnte ich 36 machen, bleiben 3 über. 3 ist kacke. 3 ist richtig kacke. Gut, wenn ich die Anzahl der, äh, der schlimmer daran ist, ich habe genau 3 an zusätzlichen fürs Eisen. Also an Überschüssigen. Aber das könnte ich natürlich ändern, indem ich sage, okay, ich verzichte auf diese 3. Weil dann wäre ich exakt bei, ähm, den 36, die ich machen könnte. Dann könnte ich hier in der Etage hier drüber, ähm, das Ganze auf 7 mal 7 machen. Quatsch, 7 mal 7. Das hört doch gar nicht hin. Ich habe doch nur 4 Ecken. Okay, für die nächsten Etagen muss ich mir noch Gedanken machen. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier am sinnigsten Strom hin? Strom kriegen wir von da vorne. Strom kriegen wir von hier vorne. Ähm, das ist die Frage von wo hier vorne. Wir haben hier unten irgendwo Strom stehen. Da ist schon 4 dran. Ja, wie sieht es da aus? Da sind auch 4 dran. Ich habe kein Turbodraht mehr. Hier. Hallo. Ich brauche... Ich jetzt nur erstmal... Ja, okay, wer ist denn? Ich brauche den zum Fliegen. Das ist zu lang. Okay. Dann können wir es trotzdem da hinsetzen. Dann können wir gucken, wie wir das verteilt brauchen. Mein erster Entwurf, den ich gemacht habe, sah 5 Reihen. Vor. Hier war es 7. Da bin ich aber davon ausgegangen, dass ich hier mit 8 auskomme. Das heißt, ich könnte hier 14 hinsetzen. Da 14 haben wir schon, 28. Und noch ein bisschen was in die Mitte. Oder ziehe ich das einfach durch und mache hier... Kriege ich das hier in dieses Quadrat rein? Ich weiß es nicht, weil das wäre genau für die 8. Das wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Aber wir fangen damit am besten an. Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Ich möchte die aber auf jeden Fall von der Seite zuerst füttern. Wenn ich hier anfange, macht das Sinn, das direkt so knapp dran zu machen. Wir probieren einfach mal. Wir probieren mal eine Runde. 2, 3... Nein. 4... 5... Ups. 6... Das wird gehen. Das wird sogar sehr gut gehen. Okay. Das haben wir. Dann kommen hier die nächsten hin. Die hätte ich jetzt gerne. Da wird jetzt der tricky part. Ich würde das gerne so, dass sich die beiden Ausgänge gegenüberstehen. So sollte das nicht passen. Das heißt, ich muss den... Um wie viel muss ich denn denn vorschieben? War ich das so? Nein. Okay. Da müssen wir uns das jetzt angucken. Ähm. Wie haben wir das denn? Das ist Mitte. 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 Und du bist... Ein Offset von der Mitte. Dann haben wir... Das müsste passen, oder? Das ist nur die Frage. Ich glaube, so ist falsch. Schaut hier aus. Ey, 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 ey. Die sind... Die sind ein bisschen tricky hier. Mit dem... Ähm... Geht nicht, muss ja immer. So muss der sein. Hier muss das also... Der muss an der Linie hängen. Und dann muss der genau auf der Linie hängen. An der Linie, auf der Linie. Da sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Perfekt. So, jetzt die zwei Fehlversuche wieder draufzählen. Was ist das? Nein. So passt's. Ja, zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So. Damit hätten wir das. Jetzt können wir hier wieder hingehen. Hier müssen wir jetzt umdrehen. Einen freilassen. Und die müssen jetzt genau... Cool, da wird sich das auch wieder verschieben. Wenn ich das... Jetzt schiebt sich das ja mehr in die Mitte rein. Das wollen wir ja gar nicht. Äh. So, und ab jetzt wird's schwierig. Damit hätten wir geregelt, dass die hier gleichmäßig rauskommen. Dadurch bräuchte ich weniger... Ähm... Wie heißen sie? Fusionatoren. Weil die, die gegenüber liegen, hauen halt in einen rein und dann geht's weiter. Äh. Oder sag ich, ich verzichte da drauf, dass das da schöner ist. Zieh die einen hier rüber und hab dafür die Eingänge immer identisch nebeneinander. Weil das ist, glaube ich, wichtiger. Logistisch wird das sowieso nachher nochmal eine ganz andere Nummer. Weil das will ich alles nach unten packen. Und dann soll das hier alles hochkommen. Und das aus... Einmal von da hinten die Kohle hier rüber. Boah, ich hätte das auf der Seite machen sollen, weil da hab ich die Kohle. Dann bräuchte ich die nicht ganz rüber. Egal. Ähm. Wenn ich den Spaß nehme. So lasse. Wenn ich das nämlich hier mache. Habe ich da eine Möglichkeit. Das irgendwie schöner zu machen. Weil ich hätte jetzt genau so ein System nochmal auf dieser Seite hängen. Ich könnte natürlich auch sagen, egal. Ich ziehe das jetzt hier wieder genauso auf wie da. Am Ende habe ich sowieso einen, der übersteht. Also wir machen das jetzt so rum. Also wir machen das jetzt hier ein bisschen experimentärer. Das ist ein Problem, wo sich... Na komm. Future Sven drum kümmern muss. Eine geht noch. Da muss noch einer wieder drauf gezählt werden. Wo seid ihr? Da. So. Jetzt passt das. Wenn ich jetzt nämlich hingehe. Mit den Kollegen hier setze. So. 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 Und so weiter. Hier hin. Und hier setzen wir den Kollegen. Ach verdammt. Bin ich doof. Na ja, warten wir eben das Auto selber, bevor ich es ableiße. Oh ja, ich hätte dich noch drehen müssen. Sieht aber schön aus. Ja. Machen wir das nochmal ebens, ne? Er läuft wieder. Ha. Wie ich es doch liebe. Komm. So langsam konntest du mit dem Safe aber auch fertig sein. Dankeschön. Wenn man erst böse werden muss. Alle sieben weg. Dann setzen wir uns hier nochmal sieben wieder drauf. Dann wieder da hinten hin. Schnappen uns so ein Ding. Drehen da. Äh. Drehen das so rum. Patten es da hin. Gucken wir uns das da an. Und sagen. Oh. Scheint zu passen. So. Da. 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 Noch zwei. Ja, ein. So. Und hier hinter. Machen wir das. Wir wollen einen kompletten hier frei haben. Ich habe die hier an diese Kante gesetzt. Und dann möchte ich. Oh. Möchte ich die so an die Kante haben? Ja. So. Ich komme jetzt genau in meinen Bereich rein. Oder? Ja. Einer zu viel hier. Einer zu viel. Oh. Wie mir das nicht gefällt. Dann würde das ja nie mehr aufgehen. Du musst weg. Stößt gerade. Ähm. Weil wenn ich jetzt den hier mal neben packe. Ungünstig. So will ich das auf gar keinen Fall haben. Das machen wir auch nicht. Das heißt, weil ich die Größe gewählt habe. Da habe ich ein Problem. Setze ich jetzt. nur deswegen. Einen noch auf die andere Seite. Oder. Ich könnte auch einen hier noch dazu. Ja. Das ist glaube ich die bessere Idee. Dann packen wir hier hin. Ist zwar nicht schön. Aber macht nichts. So. Das heißt, das haben wir. Oh. Hatte ich nicht da. Ich hätte hier auf 88 angestellt. So. Ach, die Gießereien kann ich dann auch rausnehmen. Aha. Ja gut, wenn ich da gerade dabei bin. Äh. Zack. So. Cool, 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 cool. Also das hätten wir hier schon mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie viele Bänder hier jetzt reingehen. Deswegen mache ich hier noch keine Wände hin. Wobei ich kann eigentlich schon mal einfache Wände machen. Ja. Damit ich dann weiß, dass dann kann ich auch da drin gleich die Böden rausnehmen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir auch. Zack, zack, zack. Nee, du nicht. Hier aber. Und da und tschüss. Und einmal runter. So. Dann haben wir nämlich hier den Bereich, wo alles rauf, runter, hin und her geht. Also zumindest alles, was wir an Fertig- oder Zwischenprodukten haben. Weil hier kommt ja einmal unsere Kohle an und unser Caterium. Den habe ich noch für Quarz mit hier reingesetzt. Weil brauchen wir auch noch irgendwo her. Da drüben den. Haben wir die ersten. Moment, der erste müsste Kupfer sein. Genau, da ist Kupfer. Und die drei sind Eisen. So. Und da haben wir uns vorsichtshalber im Container reingesetzt. Weil Beton brauchen wir hier definitiv viel. Was ich wirklich, wirklich... Also eigentlich finde ich das nicht so toll, dass das nicht so hundertprozentig passt. Aber in dem Fall ist das wirklich praktisch. Wie sieht's denn da aus? Da läuft mal was runter. Bist du eigentlich... Ja, du bist halbvoll. Heißt, es läuft hier so langsam durch. Ich muss sagen, Das sieht relativ langsam aus dafür, dass 600 pro Minute da reingehen. Weil das sind immerhin zehn pro Sekunde. Und das sieht nicht nach zehn pro Sekunde aus. Aber... Und die laufen... Guck mal eben. 100 prozent. 100 prozent. 100 prozent. 100 prozent. Und auch da 100 prozent. Also die laufen alle voll. Es wirkt halt so langsam. Die Gehwege gibt es nicht als Beton, oder? Also hier die Teile. Ne, kann ich nicht umstellen. Entschuldigung. Weil das sieht halt hier drauf drauf. Ist aber egal. Das sind ja alles nur Kleinigkeiten. So, damit haben wir den Spaß schon mal hingekriegt. Ähm, sagt die Zeit. Die Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen. So, da ich ja total verrückt bin und alles unten machen will. Gehen wir jetzt hin und setzen hier erstmal... Wenn ich den hier hinsetze, dann dürfte ich mit dem... Dann könnte ich die ein bisschen auseinander zerren, ne? Ja, wir setzen die also hinten an die Kante. Und ziehen das einmal durch. Ich brauche hier mehr Strom. Das machen wir jetzt als erstes. Ihr wisst, ich stehe voll auf dieses Umgefliege. Ich muss sowieso nachher noch... Turbodraht holen. Den habe ich nämlich absolut vergessen und außer Acht gelassen. Das werde ich aber machen. Und ich werde auch noch ein paar andere Materialien einfach nochmal hier hinbringen lassen vom Zug. Damit ich davon mehr habe. Zum Beispiel so Stangen. Wobei, das werde ich wahrscheinlich nicht so viel brauchen. Fangen wir erstmal hier an. Äh, kann man? Null, habe ich gesagt. Den würde ich haben. Fundamentdurchführung. So. Da hängen. Okay. Oh, ich könnte auch gleich schon mal, bevor ich hier irgendwie weitermache, die Rezepte setzen. Das ist vielleicht auch keine so doofe Idee. Weil das dauert ja auch nochmal einen Moment. Und da hin. Jetzt setzen wir uns den Kollegen... Da hin. Weil das ist nicht das Problem, das so eng hinzukriegen. Mit den Rohren muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Also jetzt, wo ich das gesagt habe, ist das natürlich zu eng. Das wird spannend, wie ich das alles hinkriege. Das weiß ich selbst noch nicht. Also wie ich das unten mit der Verteilung mache, habe ich keine Ahnung. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Probieren wir einmal eben aus. Ungenügend Material, natürlich. Ja, komm. Ist egal. Muss ich nicht später aufrüsten. Aber das funktioniert. Das ist schon mal gut. Und du funktionierst natürlich auch. So, jetzt gucken wir uns einmal das Rezept an. Denn, wir wollen Eisenbahnen machen. An dieser Stelle. Reiner Eisenbahnen. Interessanter Name. 35 Eisen und 20 Wasser. Wasser ist nicht das Problem. Gucken wir mal. Wir haben 16 mal 35 ist 560. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die dicke Leitung. Und können davon dann noch ein bisschen abzwacken. Also das ist schon mal okay. Und wir haben das mal 20 und 320. Das ist natürlich ein Stückchen zu viel. Für eine einfache 300er Leitung. Das heißt, mit einer 600er Leitung kriegen wir zwei Ecken hier damit bedient. Das sind 480. Blöd ist halt. Hier sind 40 zu viel. Das heißt, mit 30. Ich kann 30 Maschinen mit einem 600er anschließen. Wenn ich jetzt da vorne von der Mitte ausgehe, wo ich ja sowieso ankomme. Also, ich habe ja immer diese Mittellinie. Und da kommt ja mein Wasser rein. Wenn ich von da aus losgehe, könnte ich rumgehen. Hier rum. Und käme quasi absturz. Dort aus. Der Kollege hier mit der letzte mit Wasser. Und der müsste von woanders gehen. Auf der anderen Seite hätte ich das gleiche. Weil da käme ich dann dort aus. Bei ihm hier. Wenn ich bei ihm bin, dann muss ich für die vier dazwischen, muss ich eine 300er Leitung irgendwie rüberlegen. Okay. Das ist spannend. Also, das wird auf jeden Fall, das Anschließen wird nochmal interessant. Nichtsdestotrotz habe ich für die ja immer die Deckenteile. Das heißt, die Leitung wird hier lang gehen. Auf dieser Ebene. Und hier entlang. Und dann kann man von da aus dann immer in die einzelnen Teile reingehen. Oder Oder setze ich sie auf dem Boden und lasse das da hochpumpen. Das ist eigentlich blöd. Ich meine, grundsätzlich von unten befüttern ist doof, was Wasser angeht oder Flüssigkeit. Aber vom Prinzip her, in dem Fall sollte es gehen. Okay, das hätten wir. Ähm Ich habe gesagt, ich möchte die Rezepte setzen. Einstellungen kopieren. Dann gehen wir einmal hin. Und kopieren die überall rein. Ich muss sagen, ich war ein wenig überrascht, beim Setzen der Pumpen unten. Dass ich die auf die gleiche Höhe kriege, wenn ich Steuerung drücke. Also, ja, ich habe ja beim letzten Mal oder letztens irgendwann schon gemerkt, ey, mit Steuerung kannst du ja mittlerweile auch auf Leitungen eine Menge hinkriegen, dass das schön zusammenpasst. Das hat mich, äh, erfreut. Aber, jetzt auf einmal geht auch das. Ich weiß noch nicht, ob das schon immer so ging. So, guck mal, haben wir schon zwei Runden, äh, also zwei Ecken. Ich glaube, ich verzichte auf ein bisschen Output einfach, damit das am Ende besser rauskommt. Äh, nee. Weil, also ich spring gerade im, sorry, ähm, ich spring gerade mit meinen Gedanken, aber das Thema Steuerung, Taste und wie viel coole Sachen man damit machen kann, ähm, hätte ich eigentlich schon abgehakt. Ähm, ich bin noch bei dem Punkt, dass ich jetzt noch 88 Raffinerien brauche, was mir ja nicht gefällt, weil das am Ende nicht so wirklich gut auskommt. Ähm, ähm, so. Das hätten wir. Da würde ich halt gerne, ähm, sagen, okay, in dieser Etage wird halt alles mit Eisen gemacht. In der nächsten fangen wir an, ein bisschen zu mischen. Und in der da drüber sieht das nochmal anders aus. Müsst du mal mit dem mischen, ne? Ich habe gerade die genauen Zahlen für, wo ich was brauche, nicht im Kopf. Also ich, müsste ich eigentlich gleich nochmal nachgucken. Weil es ist auch jetzt am Anfang noch gar nicht so wichtig. So, und da rein. So, damit haben wir das alles schon mal gesetzt. Jetzt gucken wir uns die Kollegen an. Ähm, was machst du hier? Okay, du brauchst. Verdichtete Kohle ist das, ne? Das ist Kohle. Verdichteter Stahl. Nein, das ist ein ganz normaler Stahlware. Wir nehmen noch drei. Warum? 16 Sekunden, drei Sekunden, okay. Okay, ich gehe mal eben durch. Der macht 45. 100. 37,5. 60. So, warum nehme ich nicht das? Ah, weil ich dafür Petrolkoks brauche. Okay, da müsste ich jetzt richtig mit dem Öl rumhampeln. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir machen den. Das heißt, wir kriegen 60 Stück da raus. Passt ja. Alles gut. Stellung kopieren. Ähm. Da haben wir eine ganze Menge, was wir an Zeug hier produzieren. Ähm, Stahl brauchen wir wiederum für Rohre. Da müssen wir sowieso gucken, ob wir nachher, ähm, von den Zahlen her, weil das habe ich noch nicht. Geht's dir? Okay. Ähm. Das habe ich noch nicht überprüft, wie das mit den Zahlen bei den, ähm, bei der Waffenherstellung aussieht. Das machen wir, wenn wir hier alles fertig haben. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Und was realistisch ist und wie wir das aufteilen. Und, ähm, je nachdem bleibt dann vielleicht hier was über. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Das ist auch wieder ein absolut grandioser Satz wahr, weil, wenn ich mich auf mich selber beziehe, ist das Wort persönlich doch vollkommen überflüssig. Weil ich in der Regel nicht geschäftlich bin. Also ich als Person. Sollte ich hier diesen Kanal mal monetarisieren können, dann muss ich das Ganze als Unternehmen machen. Dann können wir darüber reden. Was persönlich vielleicht nicht mehr die richtige Anrede ist, aber grundsätzlich. So, das halten wir. Jetzt machen wir folgendes. Wir ziehen hier noch schön dieses Türmchen hoch. Damit wir da schon mal alles haben. Wie gesagt, da müssen wir gucken, wie viele... Hallo? Wie viele... Wo drücke ich drauf? Da unten drücke ich drauf. Das dürfte eigentlich auch... Zu hoch dürfte das nicht sein. Nicht viel zu hoch. Weil wir müssen ja mindestens eine Etage noch oben drauf setzen. Das können wir dann auch noch in schön machen. Okay, das hätten wir. Da bin ich schon mal happy. Das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Weil dann können wir hier oben schon mal... Ich werde jetzt mit dem Anschließen noch nicht anfangen, weil das macht noch keinen Sinn. Das ist zu wenig Zeit. Was ich jetzt schon mal mache, ist... Ich hole mir Beton. Und hier unten... Und ziehe schon mal einen Deckel drauf. Weil dann haben wir das schon mal. Ist ja auch klar, wie das weitergeht. Also beim nächsten wird unten das Eisen eingeleitet. Klingt das falsch? Ja, also beim nächsten Mal wird das Eisen unten reingebracht. Und das Wasser dazu gepackt, damit wir dann schon mal Eisenbahnen kriegen können. Dann gucken wir, wie wir gleichzeitig schon mal die Kohle da irgendwie hinkriegen. Also nächste Folge geht auf jeden Fall um die Logistik in diesem lustigen Bereich hier. Das hier geht ja... Danke, Such. Relativ zügig. Und wir haben dann auf jeden Fall schon mal den Platz. Oh, dann soll ich beim nächsten Mal... Das ist auch noch so eine Sache. Ich brauche ja hier auch noch mal eine Logistikebene. Definitiv. Das heißt, ich muss hier nochmal... Drumherum... Wände bauen. Zwei hoch. Dann brauche ich da definitiv noch mehr. Aber... Das ist wieder eine Geschichte, die werde ich wieder ohne euch machen. Jetzt habe ich mir das Spiel minimiert. Der Fenstermodus. Ich kann nicht nur so viel sagen, ein Ultra-Wide-Monitor ist was wirklich Schönes. Aber in Verbindung, ich will das aufnehmen. Das ist das, ähm... Das ist ungünstig. Ich kann nicht im Vollbild spielen, weil das wäre für euch... Ich sehe da sehr, sehr seltsam aus. Und wieder hätte ich riesige Balken oben und unten. Oder aber... Ich hätte, ähm... Ich würde nur die Hälfte zeigen, weil... Ja, ist ja gut. Das, was oben und... Also was an den Seiten so zu sehen ist, sprich die Bahnstreckeverkleidung, die Einkaufsliste, To-Do-Liste, wie auch immer. Ähm... Die könntet ihr quasi gar nicht vernünftig sehen. Und das macht ja keinen Sinn. Also ich meine, wahrscheinlich wäre es euch sogar relativ egal, aber... Ähm... Manchmal sind auch so Sachen, wenn ich zum Beispiel unten keine Munition mehr habe, das könntet ihr nicht mehr sehen. Und, und, und... Äh... Wenn ich das halt nur auf dem Bereich packe. Oder eben, das sieht halt ziemlich verzerrt aus, oder was auch immer. Also... Egal wie. Für eine Aufnahme ist das halt leider ungeeignet. Den zumachen. Den zumachen. So. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier oben schon mal alles soweit fertig. Da haben wir wieder Strom. Wir können hier runterfliegen. Wenn wir hier runtergehen. Oder fallen, wie auch immer. Haben wir da in der Mitte ein großes Loch, das einfach nach oben hin offen ist. Das ist doch Wahnsinn. Ja, cool. Okay. Ähm... Suchen wir jetzt noch eine schöne Ecke. Was haben wir denn hier? So. Das ist ja in der Hand schon mal. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut. Käffchen. Tschüss. Tschüss. Musik. 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 Musik.